Gefällt euch was ihr seht? Oh ja Junge Moll, darf Moll Ah, doch nicht Was ist das? Weniger Eros, nice Komm nicht her, hört mich, wallah Hinter dir, hinter ein von uns Das ist der Abmiral, der Abmiral ist er Ach, der stirbt einfach Hau mich, Molle Woh Ey, was fällt doch Junge, what the fuck Okay, das müssen jetzt Leute so an Wee Ey, ich hab nichts mit Hä? Warst, warst, warst Warte, wir können den Koffer wegnehmen Ah, oder? Schöne Explosion und geballert Hey, miss Willow Was ist jetzt los? Oh Das war ne Flash-Range, ja, 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 ja Hä? Guck mal hinter dir Mario Holen Nein Oh Komm her, komm her, komm her, komm her Schau mich an, schau mich an, schau mich an Nur für dich jetzt, nur für dich jetzt, ja? Ja Ja, wir gehen einfach rein Rein, rein, unser erster Hinweis Rein 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 Wie geht's denn so? Steuerung, Mann Oh, 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 oh Oh, fuck Ich seh nicht, ich hab das geschafft, dass ich das nicht geschafft habe Oh, ich hab das Chris, 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 schau mich mal an, schau mich mal an Gefällt dir, was du siehst? Gefällt dir, was du siehst? Oh, so, aha Hey, hey, Lars, drück mal rechtsklick Hey, hey, Lars, drück mal rechtsklick Chris, kommst du zu mir? Oh shit Julien Er hat, er hat die Kraft zur Doku gehabt, damit kann er sich selber hochjagen Ich hab 10 HP, ich bin so gut wie tot Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Ich hab keine Ahnung, wo der ist Nein Ich bin ein Fallschaden-gengestorben Also Leute, ich dachte ja schon, ich wäre los, ne, aber alter. Ich denke gar nix, wo sag ich lieber. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Ja, dann sag mir, wo. Nein, ich sag nichts, aber ich weiß, wo er ist. Er ist verschwunden. Er ist verschwunden, okay. Oder? Das ist nicht schlecht, ja. Oh. Hi, hey, hey. Ich bin gleich tot, ne? Ja, warum schießt du noch an? Chill. Ah, Sven ist winzig, Sven ist winzig. Spring auf, die Tür hat ihn. Tür hat ihn zerquetscht ihn. Chris, was geht? Guck mal hinter dir. Ich dachte, das macht mich winzig und nicht euch winzig. Genau, 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 tu das, was sie getan haben. Lars ist gerade auf der dunklen Seite der Macht. Hä? Da läuft er doch. Nein, 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 nein. Er ist die Größe bei der Lagerhalle. Rechts, 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 rechts. Oh, ja. Hä? Ich finde euch nicht. Lauf, 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 lauf. Tanz, 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 tanz um dein Leben, tanz um dein Leben. Äh, weißt du das? Nein, fuck, ich bin fast tot. Lars, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Helfer. Wir sind fast tot. Also, ich sehe einen von euch. Ich sehe euch. Oh. Oder hab gesehen. Ach, Chris. Hä? Ich hab doch 25 Leben und bin einfach gestorben. Er sieht dich und du hast ihn gerade kurz angeschaut. Ach, keine Ahnung. Da. Ne. Da. Nein! Ja! Ja! Also, 10 HP. Die wäre ein bisschen sehr groß und sehr offen. Hast du gut gemacht, bin stolz um dich. Easy. 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 Warte, chill. Nicht töten, warte, warte, warte. Okay, 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 okay. Was sind deine... Ich sag dir, wo Chris ist. Okay, okay. Folg mir. Okay, okay. Komm mit. Ich folge dir. Hey. Ja. Ich sag dir. Komm mit. Ja. Und? Wie geht's noch? What the fuck? Oh, chill. Wie war's dort? Ich dachte, das wäre... Ich dachte, das wäre... Chris ist das nicht. Achso. Wie sagt der denn getanzt? Ich weiß es selber nicht. Der hat den dir gemacht, ne? Nee, nicht den. Ja, tanz für uns, tanz für uns. Tanz für uns. Geilte Sau. Ah ja. Ich will deine Glatze anfassen. Hey. Ja. Auf, fuck. Komm mit. Komm mit. Ja, ja. Aber wir müssen twerken. Ah nee, das ist ja gar nicht hier. Chris, komm mal her. Wir müssen mal mit den Fahnen denn. Ich weiß nicht, ob das... Was machst du da? Eine Frau anmachen. Was ist das hier? Wow, auf der Himmel. Ja, das ist die helle Seite der Macht. Was ist das hier? Das ist die helle Seite der Macht. Ah, das ist hier. Ist das hier Chris? Nein. Nein, das ist nicht krass. Du bist halt tot. Komm mit. Wir tanzen davon. Hallo, bist du Chris? Was? Hast du ein Problem? Oh, so ein A. Oh nein. Ich wusste, dass es passiert. Ich hab' gefunden. Das Ding ist nicht so ein bisschen fast tot, ne? Chris, renn, 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 renn. Rennen einfach. Nee. Also Sven, willst du tanzen, oder? Ich hör' so'n kleines Piepen, oder? Ja, ich tanze auch die ganze Zeit. Wo seid ihr denn? Nein. Jo. Mach mal Rechtsklick auf die. Rechtsklick auf die? Ja. Anakin? Nein, ich bin einer von euch. Ich bin einer von euch. Komm nicht ein. Na. Anakin war's einen Tag. Das ist doch nicht heiße. Lars, was machst du? Die finden mich nie. Da hinten. Shout out of the map, oder wie so'n Gebäude, oder was? Nein, aber ich hab' einen von euch gerade gesehen. Nein, ich lass' dich, lass' dich da lang gehen. Hallo. Der Mario für dich. Ja, bei mir, bei mir. Erstklick. Ja. Wo seid ihr? In deiner Mutter. Oh, wir sind etwas drinnen. No, Mo. In seiner Mutter. Ja, das glaub' ich nicht. Okas. Was? Na? Pass auf. Mhm. Wie soll das auch passen? Padme? Was machst du? Das Mal beschafft... Hä? Alter! Ja! Digga, ich check. Ja! Du startst alles. Ich hab's. Was passiert hier gerade? Oh, oh, oh. Runter, runter, runter. Ich versteh' nicht, was hier passiert. Oh mein Gott. Ich weiß, wo die sind. Ich weiß, wo die sind. Los, schnell. Junge, lass mich zurück. Gib' meinen Teeep. Ja, gib' meinen Teeep. Also, wir sehen nicht viel. Was wir sehen? Ich sag's hier morgen. Ich weiß, ist da jemand? Gib' mir einen Teeep. Da oben, da oben, da oben. Da oben, da oben, da oben. Ich komm' nicht mehr runter. Was war das für ein Geräusch? Ich hab's gefunden. Wo, 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 wo. Im Wasser. Wie irrenlos. Das andere noch. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Herr Berg ist ab dem Wasser. Junge, ich kann nicht mehr. Kann ich mir einen Tipp? Okay, ich bin im Wasser. Ich bin im Wasser. Ich bin im Wasser. Nein, ich bin nicht im Wasser, aber ich bin am Wasser. Nah am Wasser. Oh, im Nas. Was bist du? Da, 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 da. Hinten, auf der Brücke. Nas. Nas. Nein. Nein. Mein Power funktioniert nicht. Nein. Links, 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 links. Nein. Ich bin der glücklichste Knoer der Welt. Du weißt, wo du's weißt, wo du's fachst. Nein. Nein. Als der Bund kommt, ist. Im Haus. Im Haus, im Haus. Bleib im Haus, bleib im Haus. Ich vertraue mir. Bleib im Haus. Ich passt zu's. Rechtsklick, wenn jemand reinkommt. Rechtsklick, wenn jemand reinkommt. nicht reingehen rechtsklick wenn jemand reinkommt ich hoffe mich links oder wo ok da ja sehr gut gehamt genau in die ecke das sind so zwei dados wo bist du ja wie viele dados hast du? so sind das dreadlocks? ich bin kittwistu warum sagst du das kass? nein ich mein wer ist Windu ich bin kittwistu ich hab die ganze zeit bete was ranwandern wer hat es? ja ich hab die jetzt ausgemacht als ob du das die ganze zeit hattest wow scheiße aber ey ihr seid Ehremänner ihr habt nicht drauf geguckt also denk ich mal ne haben wir nicht you not the power of the dark side ey chris is my no joke bist du auch lost warum folgst mich einfach ey ja ich dachte wenn ich so vor ihn stehe und so tue als ob ich ein normaler mensch wäre ein normaler mensch mit so kind dedos aufm kopf alter lass mich doch kein fist zu sein digga chris ist tot chris du bist scheiße dankeschön bitte sehr ich wollte mich echt mal hören alter also deine worte an die mutter mich jeden tag wieder auf alter meine depression nimmt zu und nein hallo bist du das? nein hä? du bist bei mir also wenn ich das gehintet habe ich seh dich nicht ach so mach ich einen error oder was? ne weil mir ist einfach komplett unsichtbar ernsthaft? ja ist das für mich? hab ihn hab ihn hab ihn nein nein ja mein kopf geht jäger wir haben jetzt einer und ich ja wow chris von mir wow chris chris ist eine leichte bei dir verschwunden ich war noch nicht tot das war mein power was? ich hab ähm die power rector gehabt das bedeutet ich kann umfallen und so tun als wäre ich tot aber in welcher war ich nicht tot jetzt ehrlich? ja ok chris chris dreh es mal um guck mal zum fenster so meine freunde wir sind jetzt mal im skisstand Canadian Das war's mit der Folge Guess Who by Hilarious, und Lars, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, dann nicht so, ob ihr uns abonnieren, dann rechts geht es um den nächsten Video, und jetzt bitte nochmal auf Deutsch, ja, links könnt ihr uns abonnieren, rechts abonnieren zum letzten Video, und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, und ciao, 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 Ich hab jetzt nicht mehr meinen Outro-Song, ich hab jetzt einfach nur, dass wenn ihr das sagt, tja, ja, Leute, wow, wow, also heute wird der Folge Guess Who, wow, 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 wenn ihr euch gefallen habt, wow, wow, lasst einen Daumen hoch da, wow, 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 links könnt ihr mich abonnieren, wow, wow, rechts kommt jetzt ein letztes Video, und bis dahin, tschö mit Ö, Ende im Gelände, wow, wow, Ende im Gelände, äh, das Hähnchen ist in der Fenne, Bis jetzt, Joseph, den Spruch, ja, hinter dir, eigentlich nicht